Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Deine Beine und deine Arme kannst du behalten, schau dich doch an So wie du mit ihr sprichst, kann man verstehen, dass sie weg will Du bist zum Kotzen Du bist auch zum Kotzen Na sieh mal an, dir geht's schon besser? Ja Was machen Sie in Paris? Ich bin Hauspflegerin bei einer alten Dame, Madame Murat Frieda? Sie hatte nie guten Kontakt zu den anderen Ästen Schade Bitte sehr, Ihr Frühstück Glaubst du, ich esse Plastik? Ein echtes Croissant, das kriegst du nur in der Bäckerei Ich hab was verschüttet Höre, renn dich auf Durchsterbend? Gut, dann spring doch Aus dem Fenster, na los Ich hab meinen Körper zu gern, um ihn zerschlagen auf der Straße liegen zu sehen Bin ich so ein Ungeheuer? Den Eindruck kann man schon haben Neben meinem Mann war er Ist Stefan der wichtigste Mensch in meinem Leben? Sie hat niemanden mehr außer Ihnen und mir Achso Ihnen und mir Jetzt geh ich schon Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Vielen Dank.